Kyria, Kyria, Helde, Ison. Kyria, Kyria, Helde, Ison. Christus spricht. Ich bin das Licht der Welt. So viel bekommen wir zu hören, den ganzen Tag, jeden Tag. So viel arbeitet in unserem Kopf, liegt uns auf der Seele, im Herzen. So viel muss endlich mal gesagt werden. Schenk mir die richtigen Worte, Gott. Den richtigen Ton. Schenk mir die Ohren und öffne uns die Ohren. Weite uns Herz und Verstand, dass wir aufmerksam hinhören, auch auf das, was wir am liebsten nicht hören möchten. Damit Menschen sich gehört und wahrgenommen wissen. Und schenk uns Zeiten der Stille, dass wir zur Besinnung kommen und uns sammeln in dir. Amen. Duna, Nubis, Patzen, Intera. Duna, Nubis, Patzen, Domine. Amen.